So, Max, wie ist die Lage? Ja, gut. Wir sind gleich da. Nur noch 6 Kilometer. So, da wären wir am Prost im schönen Wolkenstadion. Mitten im Erzgebirge war ein ziemlicher Kampf hier zu kommen. Dafür eine wunderschöne Aussicht. Schönstes Wetter. So, das war's. So, das war's. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.